Hey, yo, Taken Friends! Hier ist wieder euer KamehamehaKrieger52. Kleiner Spaß, Tom Kras hier. Heute geht es um Angewohnheiten von, aus durch, Anime und Manga. Ihr kennt es, ihr seid mal wieder Hashtag Vegan unterwegs und seht dann sowas. Man bleibt sexuell, oder wird schon weich, bei allem, was nur in der Welt ist. Das sieht immer etwas süß aus. Oh, Kawaii! Man sitzt wie elf! Oh, die Socken! Man hat Spaß daran, häufig sein Aussehen zu verändern. Musik Man meidet die Außenwelt. Tja, das sind Klischees! Und man verfällt in eine Sammelsucht. Und falls euch mal wieder jemand zu Tode nervt, oder ihr ihn abgrundtief hasst. Falls ihr noch mehr davon sehen wollt, oder weitere Ideen für dieses Format habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Oder ich trage euch mein Death Note ein. Wenn euch mal wieder etwas rauskommt, dann schreibt sie in die Kommentare. Oh, was ihr noch da?